Aurobemeisterschaft Ich hab mir jetzt auch gar nichts mitbekommen Wo waren die Deutschen von? In Polen Die deutschen Jungs haben ganz schlecht gespielt Die Leute in der San Suhr-Seinländer Weltmeister, Europameister Okay, Achtung! Meinem beinahe Neffen Weil ich da ja beinahe mal seine Tante geheiratet habe Hey, schau kurz noch mal mit Spindiger Gewohnt habe ich schon bei ihr Beziehungsweise Bei ihrem Vater Dieses Kaka damals Unverheiratet aus dem Dorf Unig Ich hab's ja noch im Grunde Paragrafen Die Mutter war entsetzt Aber der Vater Setzt ein Tüchter Im ehemaliger Kreis Er war begeistert Einfach nicht Aber ein bisschen tut sich Ich kann ihn mal schmettern Ja, jetzt auch Wenn ich Weltenmeister schlackt Für mich hat schon Craig sagt Weltenmeister ging gar nichts Ich hab's ja draußen Und der Gartenmeister verpackt Ja, er hatte ihn eigentlich nicht Der Autor gefunden Ich hab's ja auch immer verpackt Ja, er hat den Einzelnen Der Autor gefunden Die Doppel Die Doppel Die Doppel Das können wir schon mal nicht spielen Ja, nächstes ist ja auch eine Doppel Ja, das ist ja auch eine Doppel Das war ganz besonders schlimm Bei den 15ern Die 15ern Und die haben zwei 13-jährige Ansteine Die da ganz vorne mitflächen Und die haben einen Die Doppel Die Doppel Die Doppel Die Doppel Das ist ein ganz zierliches Mädchen und die hat sowohl Einzel-Doppelmixt, ist sie ganz weit gekommen und dann ist sie neben meinem Einzelkäten an eine Spielung gekommen, die sie in der Teammeisterschaft rein geschlagen hat. Und dann hat man gesehen, wie hier die Hütte ausgehen. Irgendwann war sie so platt, die Anker musste eigentlich nur guten Ball über das Spiel. Sie war dann fast wehrlos aus Kommission. Und dann haben wir noch eine Runde. Die Schliffel waren nur, dass sie sich keinen Schliff und nichts von einem anders gespielt haben. Das war so feinlich. Die Mädels. Das Udo-Vinir haben, das war so feinlich. Normalerweise ist es ein wenigstens. Also zu meiner Seite war es so, dass die Mädels keinen Beihorten sich gebracht haben. Das ist jetzt nicht mehr so und in dem Fall natürlich dadurch, dass sie mit beiden Mädels oder welche Schlüsse sind. Und die Jungs halt nur ein wenigstens. Das war so feinlich. Das war so feinlich. Aber wir sind nicht mehr. Das war so feinlich. 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 Wobei ich so langsam denke, nur wenn ich die Jungs einschalte, geht es nicht. Die Jungs haben zwei eins. Das war so ein bisschen. Ich gehe in den Eistrieb und der Typ trifft keinen bei mir. Aber jetzt kommt es. Der andere verzweifelt schon. Ich glaube, das war das Mix mit dem Neumann. Ich weiß aber, dass hier kann auch wieder passend gewesen sein. Da war es eigentlich sehr ähnlich. Jedenfalls. Die Neumann hat sogar einen Österreicher genommen, weil sie schon wusste, dass die Deutschen nicht so gut sind. Aber er war auch nicht so gut. Trifft der keinen bei mir? Dann machen wir etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Sie haben zwei Coaches. Ja. Das sind Deutsche und Österreicher. Das macht keinen Sinn. Da muss man sich einigen. Ja. Die zwei Coaches können sich dann ja während die Spielleute absprechen, was sie denken, was man coachen müsste. Ja. Das kam aber noch. Wir wollten lieben. Ja. Die Neumann hat ihn im Spiel. Und der österreichische Coach hat Auszeit genommen. Und der Neumann erklärt ihn im Spiel. Und der Neumann erklärt ihn im Spiel. Und der Neumann erklärt ihn im Spiel. Ja. 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 Aber vielleicht habe ich da eine Wahrnehmungsstörung. Dann entschuldige ich das. Vielleicht ja nicht. Ich hätte das Gespräch einfach nur gerne immer gehört. Ja. 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 Ich lass uns einfach mal durchlaufen. Ja. 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 Erhard. Ja. Da. Ja. 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 3 3 3 4 4 4 5 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 6 5 5 6 6 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 7 7 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 10 7 7 8 8 9 9 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 12 13 14 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 21 22 23 23 24 24 25 24 25 25 25 Das ist ein kleiner Ding, den nicht. Verlassen wir es lieber und... Nein, probieren wir schon. Das ist gut. Einfach mit spielen. Wow! Aber die Rumänen haben unheimlich abgeräumt bei den U19-Männchen, drei im Halbfinale. Hier war der UNESCO natürlich der Favorit. Ich denke mal, der ist irgendwie verwandt mit dem UNESCO, den man aus der Nationalmannschaft für Herren kennt. Das muss man natürlich berücksichtigen, wenn die Franzosen ihre beiden Lepers geschickt sind. Wir haben noch eine Sache, die wir noch üben können. So, brennen wir ein. Weißer sagten wir aber ja. Ja? Ja, lassen wir noch drei, wir können spielen. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ich mach mal zwei, die das ist gut. Ein Wunder! Ich mach noch was. Okay. Entweder das musst du beurteilen, weil Stopp wird schwierig. Stopp, Unterschriftverteidigung auf kleiner Seite. Ich schreibe an. Oder wir schupfen über der Platte. Das war das einzige, das auf Unterschrift noch geht. Also Vorschlag, du machst einen Vollauflag und ich fange an zu verteidigen. Aber dann musst du natürlich auf eine Stelle, sonst geht gar nichts. Ich geh mein Bestes dann, ja. Ich, ich, Topp. Du jobst gar nicht. Nein, ich zieh lieber in die Rückhandbahn. Lieber am Dings, ne, sonst zieh ich. Vorsicht, da habe ich gelegentlich ziemlich viele Schritte. Du musst von unten nach unten ziehen. Okay. Gelegentlich muss ich auch, dass wir hier lang sind. Gelegentlich muss ich auch, dass wir hier lang sind. Du weißt, dass deine Bälle sind verdammt schnell. Die Bälle vom Stoni, die Unterschnitte. Und im Schnittwechsel, ja. Ich rasen auf einen zu. Weil hier gar nicht absichtlich ist. Sondern je nachdem, wie genau das trifft. Ja. Oh, der war schön. Der war schön. Der hat immer erst zu Ende Spielen nie angewöhnen, wenn du den kleinsten Redest. Weil das kriegst du nicht mehr aus. Geht immer auf die Konzentration. Und der ist schon schön. Und der ist schon schön. Der ist schon gut. Nicht schön. Also wiederholen. Ja. Ja. So. So. Beide weh, bevor ich jetzt vergesse. Interkulturelles Beschlusstraining in der Karolinenstraße, eigentlich in der Vierhof-Eingang. Am kommenden Donnerstag, am 27. Juli, 17 bis 20 Uhr, Sommerfest mit Tischtennis. Ja, zur Kenntnis genauer. Wir können auch kommen. Ja. Länger? Länger? Ja, länger. Nächstes muss man beim zweiten erkennen, dass du uns korrigierst. Jetzt bist du nicht bei der Sache. Okay, der Versuch. Kurz, ja. Fast schon. Fast schon. Ist nicht einfach. Ja, jetzt fast. Okay, kurz, ne? Ja. Ja, jetzt ich brach hier. Wenn du dann, komm, geht nach. Ja, jetzt mal bitte. Ja, jetzt mal bitte. Ja, jetzt mal bitte.